Ah, selbstverständlich. Na gut, dann muss ich jetzt wohl nochmal los und mehr aufschreiben. Nach was muss ich die ordnen? Den schlimmsten zuerst. Ich habe heute keinen Händel. Dazu muss ich jetzt nochmal den zweiten und dritten, wenn ich mich nicht komplett gehört habe, jetzt vorsichtig laufen. Da ist die Treppe. Da hätte sich das vorher natürlich merken können. Ah, hier haben wir schon mal was. Der Anästhesist muss irgendwas bei den Drogen... Was ist das? 80 Strick, äh Schrägstrich. Must change Narcotic Trucks. Okay, irgendwas mit dem... Der Anästhesist, der muss irgendwie die Drogen ändern, damit man hier irgendwas überlebt. Man sieht mich übrigens gar nicht. Dem cleveren Zuschauer wird inzwischen ja schon aufgefallen sein, dass ich immer wieder Pausen mache. Nur ich versuche es immer quasi dann wieder einzusetzen. Wenn... Ups, los. Wenn da wieder einzusetzen, wo es weitergeht quasi. Also die Nurse ist ein bisschen schlimm. So. Das geht jetzt nicht. Gucken wir doch mal hier rein. Nichts. Das kenne ich doch irgendwoher. Äh, hier ist auch nichts. Das ist verschlossen. Hier stand noch was. Josef... Also nochmal. Josef kommt jetzt ganz nah. Josef... Nancy mache ich irgendwie in die Mitte. Die hieß doch Nancy, ne? Ja, irgendwie so. Also Josef ist der... Wenn nicht der Beste, der Zweite. Ähm, warte mal. Kann ich da jetzt... Nee, kann ich nicht. Ach. Hm. Das ist ja jetzt... Ich muss doch da irgendwie durch. Kann ich nicht. Da muss der Rest wohl... Nee, wohl... Da haben wir es wieder. Wenn man zu lange nicht aufgenommen hat, weiß man gar nicht mehr, worum es ging. Da... Da... Hier war nix. Also... Hier geht's ja nicht. Und... Und... Die Tür hängt. Ich wünschte, er würde nicht jedes Mal so ein komisches Geräusch machen, wenn er lossprintet. Dann hoffe ich mal, dass hier unten noch was zu finden ist. Da ist was. David, you're blamed to us much when Robots blame. Also, David... Ist über... Robot. Warum man diese komischen Stirngeräusche macht, wenn man da hingeht, weiß ich aber auch nicht. Es waren aber sechs. Irgendwo müsste noch ein Raum sein. Ich glaube, das war im Operationssaal der andere. War der hier unten? Ich glaube schon, ne? War hier noch was? Nee, hier bin ich aufgewacht. Das ist ein Safe Room. Hier steht jetzt sonst aber auch nix dran. Okay. Was vielleicht noch? Ja, genau. Das ist die Küche. Hier war doch irgendwie auch noch ein Text. Genau hier. Infection. Dropper. Okay. Nichts. Das Ding funktioniert nicht, ne? Nee. Okay, ich habe jetzt vier Namen. Mal gucken. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ashley. Ashley habe ich jetzt aber nirgendwo gesehen. Also. Josef. Josef. David. Robert. Nancy. Gut. Damit weiß ich, dass wir schon mal sterben, wenn sowas passiert. Ich schätze, das passiert jetzt des Öfteren. Weil jetzt sind wir hier irgendwie in dieser komischen anderen Welt. Lecker. Steht hier noch irgendwas? Nein. Offenbar nicht. Da komme ich jetzt aber auch nicht durch. Naja, ich kann Ashley jetzt auch an jeder Stelle setzen. Deswegen komme ich drum herum, hier nochmal rumzugucken. Ashley. Gut. Gehe ich nochmal ganz nach oben. Mir steckt nichts. Der erste Raum. Das ist irgendwas, was ich nicht verstehe. So, die Toilette. Hier stand doch Nancy. Nancy hat schon mal irgendwas richtig gemacht. Aber irgendwie trotzdem auch nicht. Hier. Äh. Sterilisation. Eines der am... Eines der wichtigsten... Einer der wichtigsten Routinen. Nancy. You have... Neglected this rule. Neglected. Wenn ich jetzt noch ganz genau wüsste, was das heißt. Könnte sie natürlich auch noch ein bisschen höher setzen. Mache ich sie mal auf die zwei. Ach nee, ich soll ja mit dem Schlimmsten anfangen, ne? War vorhin mit dem Besten angefangen. Dann war sie da doch richtig. Dann tauschen wir David und Robert auch nochmal aus. Hier ist nix. Ist auch nix. Obwohl ich das mit dem Herzen hier immer noch nicht so ganz verstehe. Ah, nix. Das geht nicht auf. Hier steht nix weiter. Und hier drin sind... Robert, ne? Robert. Nee, hier ist Josef. Josef ist der Beste. So, dann gehen wir mal ganz runter. Oder... Nee, die ist jetzt verschlossen. So, erster Raum. David, you blame twice. You blame twice as much when Robert blame. Also, der ist schlimmer als Robert. Ine...bri...ated. Inebrated. Das hatte ich auch schon mal, glaube ich. Da habe ich jetzt auch nicht gewusst, was das heißt. Okay. Hm? Okay. Also. Nach der Reihenfolge steht jetzt die Krankenschwester bei mir ganz oben. Also, das ist die schlimmste. Ah ja, das war ja das Ding. Die Krankenschwester ist die schlimmste. Dann kommt... David. Dann kommt Robert. Ganz zum Schluss Josef. Von Ashley habe ich jetzt hier noch gar nichts gelesen. Hier ist aber auch... Einfach gar nichts. So, Ashley. Vielleicht muss ich Ashley auch rauslassen. Wer ist Ashley? Ich habe keine Ahnung. Ah. Patient ist gestorben. Aber hier steht nichts zu Ashley. There is something under the blanket. Schön, dass wir nicht nachgucken können. Weil wir uns nicht ducken können. Hier ist gar nichts. Das ist irgendwie... Aber hin hier nicht mal einer drin. Nee, ne? Nee. Hier ist nur eine Puppe. Das ist einfach nur so ein Dekorationsraum. Ja, dann habe ich nichts weiter. Das funktioniert nicht, wenn er mir jetzt hier auch sagt... Door doesn't have a handle. Ich habe jetzt nichts. Na gut. Dann. Nancy, David, Robert, Ashley, Josef. Mist. Ich kann jetzt nur... äh... Try and Error machen hier. Ich habe... Kein Plan. Dann zuerst... Äh... Ashley, Nancy, David, Robert, Josef. Ach, nee. Gut. So auch nicht. Bleh. Ashley, David, Robert, Nancy, Josef. Ich kann Ashley halt überhaupt nicht einsortieren hier. Ja. Robert ist... David ist doppelt so schlimm wie Robert. Sagen wir doch mal mit Robert an. Nee. David, Robert, Nancy, Ashley, Josef. Die Kombi hatten wir schon mal, ne? Kommt mir so bekannt vor. Aber was ist mit Ashley? Ich habe halt keine Informationen zu Ashley. Also, Josef ist nicht zu gedönsen. Es ist der mit Abstand der Beste. Der, David, ist doppelt so schlimm wie Robert. Anästhesist und irgendwie noch was habe ich keinen Plan. Nancy hat bei der Sterilisation irgendwas falsch gemacht. Ja. Auch nicht. Only Judge can pass. Ich kann es auch noch mal umdrehen. Hm, Josef. Robert, David, Nancy. Das ist doof, das ist doof, richtig doof. Ashley kann echt überall drin sein. Nancy, David, Robert, Josef, Ashley. Ich weiß was. Der klappen können. Ich weiß es nicht. Was muss ich tun? Was muss ich tun? Was muss ich tun? Wahrscheinlich ist wieder irgendwo irgendwas zu bewegen oder so. Und ich habe keine Ahnung wo. Und dann kriege ich da so eine Notiz und die kann ich mir dann durchlesen. Da steht doch irgendwas. Nee, das sind einfach nur... Öckelmonster. Aber ich finde es schön, dass hier noch ein Sofa ist. Und ich habe da noch nicht. Aber ich kann auch die Bescheid werden. Ich habe da noch einen Sofa ist. Und ich habe da noch einen Sofa ist. Und ich habe dort noch nie. Ich habe da noch einen Sofaiert. Und ich habe da noch einen Sofa oder ein Sofa, da ist es geschafft. Okay, also Ashley scheint Mitte zu sein. Ashley hat das fallen gelassen. David ist schlimmer als Robert. Doppelt so schlimm. Dann Robert, Nancy und Joseph. David, Ashley, Robert, Nancy und Joseph. Mit dem doppelt so schlimm. Das interpretiere ich jetzt einfach mal so, dass... Das mit dem doppelt so schlimm interpretiere ich mal, dass da zwischen den beiden noch ein Abstand ist. Das heißt, für mich ist zwischen David und Robert Ashley. Probieren wir es mal. David, Ashley, Robert, Nancy, Joseph. Nein. David, Robert, Ashley, Nancy, Joseph. Nein. Dann... 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 Dann...